Also ich muss schon sagen, wenn man unseren Torben Hendrik jetzt mal vergleicht mit den anderen Kindern in unserem Bekanntenkreis, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist unser Torben Hendrik schon der hässlichste. Mit Abstand. Deswegen finde ich es auch echt okay, dass du den Torben Hendrik nicht mehr persönlich beim Kindergarten abholst. Es reicht ja, wenn er ausgelacht würde. Ich stelle mich da nicht hin. Hast aber auch recht.